Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge SCARLE! In dieser Folge werden wir mal ganz kurz hier runter gehen, ich hab's nämlich gefunden. Und zwar... Hier! Ratsbetao! Jawohl! Da werden wir mal eben hingehen, denn da gibt es ein Schwert. Das hol ich mir mal eben. Dieses, ähm... Falmer-Schwert. Als Opfer... Piss dich doch mal! Dietrich Gold. Ich bin nicht... Ihr Bläden? Ja, ja, komm. Ich hab schon ganze Armeen gekillt. Weg! Halt, Melsack. Na, was du? Das war's. So. Jetzt, du kleiner. Rockische Pfeile. Gold, Stahlpfeile. So, na, dann gehen wir da mal rein. Gehen dann runter zu den Falmern. Na, gehen wir wieder zurück. Ich hoffe doch, dass das so funktioniert, wie ich mir das dachte. War es gar nicht das... Aufstehen. So. Gut. Stimmt, das konnte man ja auch umgehen. So. Ne, ne, ne. Was ist, äh... Wir hätten noch... Wir könnten natürlich auch so ein Riesen... Ne, guck mal, gar nicht. Warum ist das hier wieder verschlossen? Ach. Danke. Na, Reizung. Ja. Ja. Warum kriege ich die hier nicht so... Ne, verschwinde. Jetzt. Hopp. Gut. Riesenschleid wächst. Zwei Hände der... Bla, bla, bla. Gut. Okay. Gut. Wo geht's denn jetzt hier runter? Richtung... Nein. Und weg. Und... Weg. 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 Nicht mal hier von 5 Metern entfernen, um ganz zu treffen. Weg. Und zack. Kopf ab. Gold. Ich werde jetzt auch, ähm... Diese Heilung ein bisschen öfters benutzen. Denn... Dazu haben wir sie ja. Das ist doof. Wir wollten runter in die Mine. Wann... Wo ging denn das hier hin? Das ist doof. Ich möchte hier nicht 100 Millionen Stunden rumrennen wieder. Nur wegen so'n... so'n komischen Pharma-Schwert. Oh, ernsthaft? Wir hatten doch so viel Platz. Haben wir das nicht mehr? Was war denn hier das Problem? Wir haben doch hier alles eigentlich abgelegt, oder nicht? Ah, stimmt. Das Schild. Ach, wir töten noch so viel Kaiserliche. Das können wir ruhig mal hier lassen. Ich will eigentlich nur das Pharma-Schwert haben. Mehr möchte ich hier nicht... haben. Tor auf Experte. Hat man das denn beim letzten Mal gehabt? Daran könnte ich mich eigentlich gar nicht erinnern. Ach du! Komm! Jawohl. Ah stimmt, da kommt man ja hier hoch. Ah, alles klar. Ich war jetzt nicht so atemberaubend. Kam doch irgendwie... Ich weiß nicht, ich könnte auch in diese komischen Ruinen gehen. Alles in Erz. Oh, danke fürs Aufmachen. Jetzt... Zack, 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 zack. Gut. Wenn wir hier runter gehen, gehen wir schnurstracks zurück. Nope. Hat nur den Hebel. Stimmt, am Ende hatten wir so eine Art Rätsel oder so. Hätte ich eigentlich auch mal nachgucken können. Zwei von euch, ey. Weg. Weg. Komm schon, hau ab hier. Teilplatte. Großer Seelenstein. Zwei große Seelenstange. Äh, Stange, genau. Seelenstange, ey. Äh, Seelensteine meine ich natürlich. Das ist easy. Und weg. Ein großer Seelenstein. Ein Stein. Ich muss nur überlegen, ob ich so einen Hebel mal mitnehme. Komm, ich nehme den mal mit. Komm schon. Schade. Ich dachte, das schubst du jetzt ins Feuer rein. Oh, komm her. Nimm mich für Seelensteine. Nop. Ah, was haben wir hier? Winziger Seelenstein. Gewöhnlicher Seelenstein. Erz. Die ist ja wieder zu. Gucken wir die wieder looten. Ist wieder neuer Loot drin. Das war ja immer extrem geil. Äh. Das wird... Nicht so. Äh, das wird Dietrische kosten. Das wird Dietrische kosten. Oh, was? Ja. Ja, wir haben schon mal einen Anfang. Der 90. bringt Glück. Oder auch nicht. Jawohl. 100 Gold. Reichenhaut. Schubmaschinen. Ja. Ja, das ist kacke. Cool. Nicht schlecht. Hopp. Geh weg. Ja, Seelenstein. Nehmen wir alles mit. So, dort ist der Hebel nach unten. Schrecke mich nicht. Komm, hau ab. Du auch. Gebt mir eure Seelensteine. Nop. Okay. So. Auf Nachradbad Tiefenmarkt. Da kam mir gleich was entgegen. Was war das? Na, ist egal. Oh. Genau. So, wir müssen danach hier hoch. Ach ja, hier ist eine Treppe. Ach Quatsch. Guck mal, da sind sie doch schon. Na. Was sind die Spir- Äh, uiuiuiuiui. Die sind aber ein bisschen stärker geworden, du. Moment. Nummer 1. 2. wieso sind die so stark haben wir unsere rüstung nicht an warte mal objekte festen griff blablabla ring 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 hatten wir nicht noch ein ring an haben doch noch ein ring des festen griffs genau hier bin ich blind warte Los, schlag zu! Ah, durchsuchen. Das Ohr, Gold, schwaches Gift, das Lange Leidens, das Silberbarsch. Die Kriegsachse will ich gar nicht. Blut, Ohr, Gold, schwaches Gift, Pharma-Schwert. Alles, was ich haben wollte. Ähm, was lassen wir denn da? Oh, hier ist ein Pelzschild. Nimm. Oh Gott. Müssen wir ein bisschen mehr da lassen. Den Helm zum Beispiel können wir da lassen. Haben wir hier irgendwas, was wir da lassen können? Krieg hier des Wehklagens. Absorbiert 10 Schadenspunkte. Das ist, glaube ich, in der letzten Folge gar nicht geguckt. Ach gut. Ich finde, das sind die Bücher, die uns zur Runde ziehen gerade. Ah, Essen. Bier. Ja, noch ein bisschen. Käserad. So, noch ein bisschen was gegessen. Das geht wieder. Dankeschön. Tschüssi. So. Auf nach oben. Und auf zurück. Zurück. In unser Trauer des Heim. Gucken wir hier noch irgendwie was wertvolles mitnehmen. Planwart. Bla, bla, bla. Steinpack ist hier. Eine Werkbank. Das ist hier nix. Ist hier vielleicht irgendwas? Ah, ne. Sieht nicht so aus. Schade. Ja, los. Geh zurück. Ja. Bist du hier, hier, hier. So. Das Zwergenöl. Was soll's. Nehm ich einfach mal mit. Ich frage mich, ob man hier rein kann. Aber ich glaube ja nicht, ne. Vielleicht hier noch ein paar Barren, wenn sie hier liegen. Weil. Stimmt, waren hier nicht auch Kisten? Ach, ernsthaft? Leute. Das zieht uns alles so runter. Leppert sich halt alles, ne. Ach, immer noch nicht. Mann, ey. Sage mal. Was ist denn hier so schwer? Ja. Ja. Ich hätte den Hebel eigentlich fallen lassen. Schade, die Laute würde ich gerne mitnehmen. Dann die geringe Aussaugen. Dann die Dägelzerstörung auch. Und mit Ruhe. Mit Gold. Rolle der Harmonie. Magiker trank. Weiß nicht. Das Zauber kostet 12%. Weniger Magier. Magiker. Was lassen wir denn hier? Dafür. Wir lassen hier den Leben. Okay. Mal gucken. I. Wir könnten sogar den Dings doch mitnehmen. Guck mal hier. Him. So. Moin, Freunde. Na? Ich bin in dieser Folge so ein bisschen stiller. Merkt man vielleicht. Weil. Ich bin so ein bisschen platt gerade. Weil ich ja diese, äh, über diese Woche sozusagen aufnehmen. Oder diese Wochenende aufnehmen muss. Es ist auch immer Folgen kommen. Wenn auch nicht regelmäßig der Zeit. Zumindest dem Zeitpunkt, wo ich aufnehme. Aber sie kommen. Weil, ähm, ja. Ich bin hier arbeiten. Gut. Nach Hause. Jawohl. Hm. Was macht denn diese Folge eigentlich? Na, guck ich dann gleich mal. So. Heim zum Weib. Wir könnten uns echt mal eine Frau anschaffen, ne? Irgendwie. Das können wir ja diese Folge mal in Angriff nehmen eigentlich. So, nach 18 Minuten mal festgestellt. Knapp 19. Äh, hier ist das Trophänenzimmer. Und hier haben wir noch einen besonderen Platz. Frei. Den Farmer. Ja. Kann ich hier jetzt, wenn ich jetzt hier auf den Sockel... Ich kann nicht mehr hier auf den Sockel klicken. Hier auch nicht. Schade, ich hätte es aber vielleicht noch ändern können, oder? Während ich auf den Sockel war. Na, egal. Wir haben jetzt hier alles voll. Wo hat der denn sein Schwert? Wozu braucht sich denn das Schwert? Die Rüstung hätte ich verstanden. Ach, sieht trotzdem schon cool aus. Finde ich echt cool. Schade, dass man die nicht drehen kann, oder so. Das wäre auch noch geil gewesen. Oh, Bombennäger. Gut. Ich habe auf jeden Fall... Hier habe ich schon... Ich muss mal gucken, wo hatte ich denn hier noch mal eine... Dort. So, Bekleidung. So. Den Christe. Den Christe. Oberrüstung. Die Christe. Ah. Da passt das irgendwie nicht, ne? Habe ich denn... Ne... 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 Ne Cola? Na, kommt nicht. Schade, Marmelade. Na, gut. Letzter Schrank kommt. Da kommen die ganzen... Neherbekleidung. Äh... Abstandrobe. Das Rover. Lass mir hier mal ein bisschen Platz reinkriegen. Wir hatten doch hier... Wir haben doch das Unsortierte sozusagen. Wo wir alles einfach mal nur so reingeschmissen haben. Hut. Cizaros Hut. Genau. Wir können uns eine ganze... Einen ganzen Cizaros zusammenbasteln, wenn wir wollten. Hm. 20% bessere Preise. Das ist ja knapp 2000 wert, das Ding. Aber da wir ja derzeit genügend Geld haben... Ja. Könnten auch die dunkle Bruderschaft... Äh... Ausbauen. Ist mir aber so... Ne. Warte mal. Ich möchte jetzt erstmal eine Frau suchen. Ja. Dann adoptieren wir ein Kind und so weiter und so weiter. Ich überlege gerade... Ich habe schon von gestern Abend, beziehungsweise heute früh, überlegt, wo es denn eine Frau geben könnte, höchstens in Weißlauf, die uns gefallen könnte. Aber in Weißlauf haben wir uns ja bestimmt schon umgeguckt. Gehen wir mal nach Ebertstadt. Sie muss uns ja auch... Ne. Nicht nur... Äußerlich, sondern auch... Innerlich gefallen. Ne. Huh. Oh. Jetzt kommt mit zum Fluss. Da war ja was. Das habe ich schon nichts von mir zu Hause verstaut, Junge. Ja, das, äh, lief jetzt ein bisschen nicht so wie geplant. Okay. Ja, gut. Dance. Ja. Wir gucken mal, was das kostet hier. Bei dem Typen. Ja, ja. Hm, ich überlege gerade, vielleicht eine Rüstung schmieden, sowas los. Oder vielleicht doch was Einfaches. Na, schauen wir mal. Wir werden schon die perfekte Frau finden. Hm. Aber wenn wir immer nur in Höhlen rumkrauchen, wird das nichts. Blöderweise. Schade, schade. Na, reden wir mal mit dem Typen hier. Moin. Renovieren und neue Ausbau. Äh, die Dämmerstern-Zuflucht? Da haust ihr alle also gerade. Hm. Ganz ehrlich. Das wird euch kosten. Sehr viel kosten. Ah, Mann. Ich kann euch helfen. Wovon genau sprechen wir denn hier? Neuer Banner, Giftmischer-Werkstatt, Folterkammer. Gleich mal Eingang. Looks so sweet, das brauchen wir nicht. Eine Giftmischer-Werkstatt wäre nicht schlecht, aber 5000. Guck mal, das sind 5, 15. Das ist fast unser gesamtes Geld. Das sind 19.000. Nichts. Wie ihr meint. Ne. Habt ihr schon etwas für uns? Nope. Sorry, aber... Ne, das machen wir vielleicht später. Später mal. Irgendwann. Allerdings könnte ich auch die Hoffnung haben, dass wenn der neue Mitglied da rankarrt, dass da... vielleicht auch eine Frau abfällt für uns. So, ich meine... Diebesgelder? Alter, eine Diebesgelder? Das ist... Oh. Hm. Aua. Aua. Was? Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Als ob. Ach, man. So ein Scheiß hier. Sehr gut. Wie liegt er immer noch? So. Nope. Hm. Pass auf. Warte mal. Was mir gerade einfällt. Wir müssen ja... Ich spreche mit der Kontaktperson. Ähm. Moment. Ach, mag Gott. Ich reise mal nach Magath. Was ist Magath? Oder war das... Das... Riften. Ich reise mal nach Riften. Riften. Weil... Ich möchte mal diesen Priester nochmal sprechen. Diesen Priester von Mara. Ist der hier? Ist der hier? Winch dich. Maris Averett. Ah, Tempel von Mara. Genau. Hier war er doch. Wusste ich's. Und? Oh. Rechts. Ja. Wachen haben von euch erzählt, dass ihr es wart, der... Also, sie sagen, dass die dunkle Wunderschaft... Also, schon gut, Magath. Hm. Tempel von Mara. Wollen wir mal gucken, wie das mit dem Heiraten geht nochmal. Und wie das mit dem Heiratstriggern geht. Du. Wonach sucht ihr mein Kind? Welchen der acht göttlichen Dienst ihr... Nein, das ist nicht so. Gute Reise, mein Kind. Nein. Auf Wiedersehen. Wo ist denn der Typ hier, der... Der hier immer... Die, 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 die... Zu Besuch in Riftkorn? Im Tempel von Mara sind alle willkommen. Nein. Das ist einfach nur mit. Nee. Mann, wo war denn der Typ? War der in dem Gasthaus? Oder? Das gibt es ja nicht. Mann, ich will mir das nochmal von dem erklären lassen, was da... ...hau und gestochen war. Schmerzdaun. Kann ich euch helfen? Ihr haltet euch wohl für einen Abenteurer, was? Ich bezweifle, dass euer Kampfgeschick für einen richtigen Kampf ausreichen würde. Die besten Krieger von Himmelsrand haben mich gelehrt, die Klinge wie eine Verlängerung meines Arkes zu führen. Gut, ihr belästigt mich aus gutem Grund. Hm. Tut mir leid. Ich dachte gerade über meine Experimente nach. Ist das ein Alchemist? Diesen Titel möchte ich erwerben, ja. Aber der Weg dorthin ist mit losen Pflastersteinen und tödlichen Fallgruben gepflastert. Meister Elgrim sagt, ich sei ein Naturtalent. Aber ich fürchte, damit verbirgt er nur seine Unduldsamkeit gegenüber meinen Fehlern. Meine fehlerhaften Formeln haben Meister Elgrim schon ein Vermögen an Zutaten gekostet, die zum Teil fast unersetzlich sind. Welche Zutaten braucht ihr? Um Meister Elgrims Vorräte wieder aufzustocken, benötige ich 20 Totenglocken, 20 Tollkirschen und 20 Nirnwurzel. Höh! Riecht da etwa euer Interesse, diese seltenen Zutaten für mich zu sammeln? In Ordnung, ich werde sie besorgen. Das bedeutet mehr Zeit für meine Experimente und weniger Zeit auf dem Feld. Ich bin euch sehr dankbar. Ich will diese Zutaten finden. Meine Familie. All dieser Reichtum und sie verschwenden ihn für törichte Unternehmungen und politische Intrigen. Ich bin für Höheres bestimmt als für all dies hier. Ich möchte mein Leben und mein Talent dunkleren Kreisen widmen. Wenn meine Mutter mich nur machen ließe, wäre sie bestimmt stolz auf mich. Nirnwurz ist am einfachsten. Sie wächst am Wasser und gibt ein einzigartiges Glockengeräusch von sich. Der einzige Nachteil ist, dass sie nach der Ernte nicht mehr nachwächst. Die Tollkirsche wächst im Kiefernwald und den sumpfigen Tundra-Regionen von Himmelsrand und hat eine unverwechselbare sternförmige Blüte. Schließlich haben wir noch die Totenglocke, die nur in sumpfigen Tundra-Gelände wächst. Ihre umgedrehten bläulich-lilafarbenen Blütendolden sind unverkennbar. Was fasziniert euch an der Alchemie so? Es ist erhebend, die Wirkungen meiner Tränke auf dem Körper zu beobachten. Zu sehen, wie das Herz aufhört zu schlagen. Die Augen erblinden. Wir bestehen aus tausenden von Teilen mit tausenden verschiedenen Funktionen, die alle zusammen wirken, um uns am Leben zu erhalten. Doch wenn nur ein einzelnes Teil unserer unvollkommenen Maschine versagt, versagt das Leben. Da wird einem bewusst, wie zerbrechlich, wie fehlerhaft wir sind. Was mich so fasziniert, wollt ihr wissen? Die Ironie. Die Ironie, dass dieselbe Welt, die uns das Leben gab, uns auch die Mittel für den Tod gibt. Die gefällt mir. Ich kann meine Experimente erst abschließen, weil ihr mir diese Zutaten gebracht habt. Ingen-Schwarzdorn. Oh. Die gefällt mir. Die wäre was für unseren Clan. Jetzt bin ich ja schon fast versucht, das auszubauen, wenn wir solche Leute da reinkriegen. Können wir sagen, ey, wir haben hier so ein Alchemitisch da unten, da kannst du dich austoben. Ne, warte, was? Lass ich denn hin? Hattenweg. Ja, ne. Ich möchte jetzt mal... Waisenhaus Ehrenhall. Wo war denn der immer? Schneeschuh-Anwesen. Verpfänder-Pfifferling. Da gucke ich mal rein. Nope. Ihr arbeitet in den Ställen. Welche Schwierigkeiten. Ich schulde jemandem viel Geld und ich glaube, man hat mich betrogen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Weit mich in die Einzelheit, nein. Ich habe mit den Ställen in Weißlauf ausgehandelt, dass sie mir Sattel und Zaumzeug verkaufen. Ich habe von Saphir Gold geliehen, um die Lieferung zu bezahlen. Aber es wurde gestohlen, bevor es ankam. Jetzt will Saphir ihr Geld zurück. Und ich glaube, wenn ich es ihr nicht gebe, bringt sie mich um. Ich werde euch helfen, auch es für mich zu bezahlen. Ach, ich danke euch. Ja, wenn ich in den Ställen... Hofgrian nahm mich auf, als ich vor etwa einem Jahr nach Rifthorn kam. Er hat mich alles gelehrt, was er weiß. Pferde sind mein Leben. Damals in Hammerfell habe ich bei der Aufzucht von Pferden auf unserem Hof geholfen. Ich hoffe, eines Tages meine eigenen Ställe eröffnen zu können. Aber ich fürchte, das dauert noch viel länger, als ich dachte. Saphir. Sie umgibt sich mit allen möglichen unangenehmen Gestalten. Ihr stammt auch nicht von hier, was? Besucher wie wir sind in diesem Teil von Himmelsrand ein seltener Anblick. Maven Schwarzdorn, das weibliche Oberhaupt der Familie, steht für alles, was mit dieser Stadt nicht stimmt. Sie hat unzählige Amtsträger bestochen, besitzt Freunde in der Kaiserstadt und pflegt Umgang mit der Diebesgilde. Ich habe alles versucht, Rifthons Bürger vor ihrer Familie zu schützen. Leider vergebnis. Wer gehört noch zur Familie? Nun, da wäre Ingun Schwarzdorn, Mavens Tochter. Ein seltsames Mädchen. Sie verbringt ihre Zeit gerne im Elgrims Elixiere und arbeitet an ihren Alchemie-Künsten. Dann ist da noch Hemming, Mavens Sohn. Ein verhätscheltes Balk und Erbe ihres Imperiums. Er folgt ihr so, wie ein treues Hündchen seiner Herren folgt. Und schließlich Sibi, der Schlimmste von allen. Er sitzt wegen Mordes im Gefängnis von Rifthorn. Alles klar. Ich habe Mjöl noch niemals so durcheinander erlebt. Diese Stadt geht hier wirklich an die Nieren. Okay, wo ist Saphir? Ich glaube, da müssen wir ein bisschen warten jetzt gerade. Na, wie es scheint, noch ein bisschen drüben. Vatai. Da ist sie. Wo ist denn der Sehvier? Moment. Geschäftliche Angelegenheiten. Letzte Ruhe. Vor uns, ein Kind war der Rätsel auf dem Pfand verloren. Achso, das. Ja. Glut auf dem Eis. Bla, bla. Edelstein. Auf und fern. Edler Schmuckstück. Hm. Was ist denn das mit dem Kontaktperson? Ich bin diese Dienste. Aber, mein Ernst, das geht mir so aufs Schwein hier. Nein, will ich gar nicht. Jetzt zumindest noch nicht. Bin ich behindert? Ich sehe das Questziel gar nicht. Nee, die Alte nicht. Darf ich euch einige edle Waren aus Morrowind zeigen? Das ist hier einer, die sind. Wollt wohl sehen, wie Balimont wahre Wunder mit dem Stahl vollbringt, hm? Wo ist denn der? Bin die... Hä? Ich spreche mit Kontaktpersonen. Ich will die aber... Ich will nicht mit der Kontaktperson sprechen. Ich würde eigentlich auch eine Frau finden. Und so weiter und so weiter. Ja, ja. Hm. Wir haben die Folge fast gar nichts gemacht. Ach, hier ist der Typ. Was ist der? Dann kommt wohl Abulette mal. Aber natürlich. Ich würde mich sehr über ein Klappern in unserer Spendenbüchse freuen. Im Augenblick könnt ihr am besten mit Münzen helfen. Wir brauchen jede nur erdenkliche Hilfe. Ach, hier. 5G. Danke. Ich verspreche euch, dass damit Gutes getan wird. Ich brauche so ein Amulett, wa? Wird ihr sicher zu ihrer Huld zurückkehren? Was wollt ihr? Vielleicht könnt ihr Kräber zur Vernunft bringen. Oh, mit dem habe ich schon geredet. Wenn ihr mich entschuldigt, ich muss mich noch um andere Dinge... So viel, hier. Ja? Was habt ihr für ein... Ich wusste, dass der dumme Junge eine Möglichkeit finden würde, sich aus seinen Schulden zu stehlen. Das ist doch ganz einfach. Ich habe ihm etwas Gold geliehen. Er hat versprochen, es mir zurückzuzahlen. Und nun sagt er, er sei blank. Das ist schon alles. Wir wissen beide, dass es ein Aprikade des Spieles. Ja. Also schön. Ich habe an seiner Lieferung wohl genug verdient. Da brauche ich keine Zeit, mir damit zu verschwenden, einen Stalldiener zu bedrohen. Sagt Chadre, wir seien quitt. Ich hoffe, wir laufen uns wieder einmal über den Weg. Oh ja. Okay. Wahrscheinlich müssen wir das Amulett haben. Ich werde mich jetzt gleich nach der Folge nochmal darum belesen, im Punkto... Weib finden. Wo ist der Typ? Ich denke doch hier immer an den Brücken rum. Oder nicht? Das ist wahrscheinlich noch zu früh für ihn. Warten wir mal zwei Stunden. Moin. Ah, ich dachte, du wirst... Oh, wer bist du denn? Gut, dann bist du wohl nicht. Ich meine, heiraten ist doch was Schönes. Warum sollte man da nicht? Gut, okay. Warum? Es gibt nichts Schöneres, als im Honrichsee zu angeln. Ihr solltet es einmal versuchen. Wo ist denn der Stallmensch jetzt? Alter. Sind Stellen vielleicht? Ist ja gerade am Arbeiten. Wäre jetzt so für mich das Logischste. Oh, die Folge geht schon wieder 40 Minuten. Heute Abend. Du. Ist er dir nichts mehr schuldig. Bei den acht? Ihr habt sie tatsächlich dazu gebracht? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich dachte, es würde niemanden in Richthorn kümmern, was aus mir würde. Hier, das habe ich gespart, aber ihr sollt es bekommen. Ich dachte, ich würde es brauchen, falls Saphir hinter mir her wäre, aber ich brauche es nicht mehr. Ah. Also gut. Danke. Einfache Laufquest. Einfach mal einen Trank der Unsichtbarkeit erhalten. Wir gehen jetzt aber erstmal nach Hause. Dann hole ich mir dieses Amulett, was ich irgendwo eingelagert habe. Das tue ich ja bei euch nicht an, das zu finden. Es muss irgendwo liegen. Scheiße. Die andere Frage ist, wo? So. So. Oder habe ich das etwa bei mir? Nein. So. Hallo. Okay. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich für das Zuschauen, obwohl hier ziemlich wenig passiert ist, leider. Ähm. Außer, dass wir jetzt halt diese, den, 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 den Farmer da hinten jetzt haben. Und ein bisschen neue Rüstung. Aber, sonst fand ich das zwar im Gegensatz zu den anderen Folgen, fand ich das jetzt so ein bisschen ruhiger. Alles klar. Dann, äh, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir uns ein Weib suchen. Ciao. Ciao. BAH!